Hans Eberhard Appel war ein deutscher Ökonom und Politiker. Appel war von 1972 bis 1974 parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister des Auswärtigen, von 1974 bis 1978 Bundesminister der Finanzen und von 1978 bis 1982 Bundesminister der Verteidigung. Leben Hans Appel wurde im Arbeiterviertel Hamburg-Barmbeck geboren und evangelisch getauft. Seine Mutter starb 1946. Im selben Jahr kehrte sein Vater, ein Prokurist, aus der Kriegsgefangenschaft zurück. Nach dem Abitur 1951 auf dem Gymnasium Uhlenhorst-Barmbeck in Hamburg absolvierte Appel eine Lehre als Import- und Exportkaufmann in der Mineralölindustrie und besuchte Abendkurse in Englisch und Französisch. 1954 begann er ein Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Hamburg, trat in den SDS ein und erwarb 1957 den Diplom Volkswirt. 1961 wurde er bei Heinz-Dietrich Ortlieb mit der Arbeit über den britischen Wirtschaftswissenschaftler Edwin Kannan zum Doktor. Er, er, Pol, promoviert. Appel nahm am Gemeindeleben seiner Kirche teil und arbeitete zeitweise im Kirchenvorstand mit. 1955 heiratete er die Buchhalterin Ingrid Schwingel, die er in der evangelischen Jugend kennengelernt hatte. Sie lebten mit Unterbrechungen in Hamburg-Volksdorf und bekamen die Töchter Ingrid und Hanne und vier Enkelkinder. Hans Appel starb 2011 nach zweijähriger Krankheit. Seine letzte Ruhestätte befindet sich auf dem Olsdörfer Friedhof. Politische Karriere Von 1958 bis 1961 war Appel Sekretär der Sozialistischen Fraktion im Europäischen Parlament in Straßburg. Ab 1962 war er dann Beamter beim Europäischen Parlament, wo er als Abteilungsleiter zuständig für die Wirtschafts- und Finanzpolitik sowie für die Verkehrspolitik war. Appel sah sich selbst als Volksvertreter und stand bewusst im Telefonbuch. Er zeigte sich stolz darauf, als Wahlkämpfer rund 10.000 Hausbesuche gemacht zu haben. 1990 schied Appel nach 25 Jahren aus dem Bundestag aus und zog sich aus der aktiven Politik zurück. Er arbeitete ehrenamtlich als Honorarprofessor für Finanzpolitik an der Universität Rostock und wurde im Auftrag der Treuhand. Aufsichtsratsvorsitzender des Kombinetts Schwarze Pumpe sowie 1994 der Eko Stahl. Deren Abwicklung durch die Bundesregierung und die Treuhand sah er als einen dunklen Fleck der Wiedervereinigung an. 1991 veröffentlichte er das Buch Die deformierte Demokratie, in dem er mit Parteienherrschaft und Klüngel abrechnete. In dem 1994 veröffentlichten Buch Der kranke Koloss Europa, Reform oder Krise nahm er die damalige Europäische Gemeinschaft als eine teure Illusion ins Visier. Ungewöhnliche Einblicke in Hinterzimmer der Politik bietet Appels Buch Der Abstieg, womit nicht nur der Abstieg der SPD in der Wählerkunst, sondern auch sein eigener geschildert wird. Die Entstehung des Schlagworts Rentenlüge datierte auf den Oktober 1976. Damals erklärte Helmut Schmidt in einer Fernsehdiskussion. Die Rente ist sicher, Kommentar Appels. Appel war schon als Schüler leidenschaftlicher Anhänger des Hamburger Fußballclubs FC St. Pauli und seit 1947 Mitglied. Von 1988 bis 1991 war er Vizepräsident und von 1997 bis 1998 Aufsichtsratsvorsitzender des Vereins. Partei aus Protest gegen die Wiederaufrüstung trat Appel 1955 in die SPD ein. Für eine Weile bekam er als Juso-Landesgeschäftsführer ein kleines Büro im Kurt-Schumacher-Haus der Zentrale der Hamburger SPD. 1957 gehörte er zu den Wahlhelfern von Helmut Schmidt. Appels politische Heimat war der SPD-Kreis Hamburg-Nord, der zweitgrößte der sieben Hamburger SPD-Kreise. Von 1966 bis mindestens 1978 gehörte er dort in unterschiedlichen Funktionen zum geschäftsführenden Kreisvorstand. Appel verstand sich als pragmatischen Politiker. Er wurde dem konservativen Flügel zugerechnet und entwickelte sich zum Sprecher des rechten Seeheimer-Kreises. Von 1970 bis 1988 gehörte er dem Bundesvorstand seiner Partei an, von 1984 bis 1986 war er auch Mitglied des Präsidiums. 1985 kandidierte er als Spitzenkandidat der Berliner SPD bei den Wahlen zum Abgeordnetenhaus für das Amt des regierenden Bürgermeisters von Berlin. Konnte sich gegen den Amtsinhaber Eberhard Diebken jedoch nicht durchsetzen. Als er 1988 nicht wieder in der Parteivorstand gewählt wurde, legte Appel alle Parteiämter nieder. Es blieb die Ehrenmitgliedschaft im SPD-Bezirk Berlin-Wedding. Abgeordneter Appel war von 1965 bis 1990 Mitglied des Deutschen Bundestages und gehörte von 1965 bis 1970 außerdem dem Europaparlament an. Er war von 1969 bis 1972 und erneut von 1983 bis zum 5. September 1988 stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion. Von 1969 bis 1972 war er außerdem Vorsitzender des Ausschusses für Verkehr und für das Post- und Fernmeldewesen. Hans Appel ist 1987 über die Landesliste Hamburg und sonst stets als direkt gewählter Abgeordneter des Wahlkreises Hamburg-Nord-i bzw. seit 1980 des Wahlkreises Hamburg-Nord in den Bundestag eingezogen. Öffentliche Ämter 1972 wurde Appel parlamentarischer Staatssekretär für Europafragen im Auswärtigen Amt. Nach dem Rücktritt von Willy Brandt wurde er am 16. Mai 1974 vom neuen Bundeskanzler Helmut Schmidt zum Bundesminister der Finanzen im Kabinett Schmidt-I berufen. Nach der Kabinettsumbildung im Frühjahr 1978 übernahm er als erster Ungedienter am 16. Februar 1978 die Leitung des Bundesministeriums der Verteidigung. Nach der Wahl von Helmut Kohl zum Bundeskanzler schied er am 1. Oktober 1982 aus der Bundesregierung aus. Auszeichnungen Im Jahr 1992 wurde Hans Appel zum Honorarprofessor im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Universität Rostock berufen. 2004 wurde ihm durch die kirchliche Sammlung um Bibel und Bekenntnis in Bayern der Walter-Kühnet-Preis verliehen. Den nach dem erlanger Theologen benannten Preis erhielt Appel insbesondere wegen seines Buches Volkskirche ohne Volk, in dem er sich gegen den seiner Ansicht nach ausufernden Modernismus in der evangelischen Kirche wendet. Appel selbst war 1999 aus diesem Grund aus der nordlbischen evangelisch-lutherischen Kirche aus und in die selbstständige evangelisch-lutherische Kirche eingetreten. Werke Ich dacht mich tritt ein Pferd 1984 Der Abstieg Politisches Tagebuch 1978 bis 1988 1990 ISBN 3-421-06559-4 Die deformierte Demokratie-Parteienherrschaft in Deutschland Verlag Drömer-Knauer, München 1991 ISBN 3-426-8000-00-4 Der kranke Koloss Europa, Reform oder Krise Rowold Verlag, Hamburg 1994 ISBN 3-498-000-04-62 Stadt ohne Maß Die Finanzpolitik in der Sackgasse Ekon Verlag, Düsseldorf 1997 ISBN 3-430110661 Zerstörte Illusionen Meine Ostdeutschen Jahre DT Verlagsanstalt Stuttgart 2000 ISBN 3-421-05412-6 Volkskirche ohne Volk Der Niedergang der Landeskirchen 2003 ISBN 3-7655-1845-X Europa ohne Seele Brunnen, Gießen 2007 ISBN 978-3-7655-195-2-9 Hans, mach du das! Lebenserinnerungen Brunnen, Gießen 2010 ISBN 978-3-7655-179-3-8 Zerstörte Illusionen .. ... ... ... ...